Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SOMA, mit mir, dem Mats und dem Tim. Hallo! Und der Tim hat ja mal auch ein bisschen aufregende Part übernommen, ist damit vorhin auch immer relativ geschafft. Was? Ah ja, was? Ich werde mich jetzt entspannt zurücklegen. Ja, wir können... Und dir beim Kreischen zugucken. Kreischen, ja. Aber wir können jetzt hier alles einschalten, soweit es ist, dass der Scan laufen müsste. Wir haben Alice dabei und den Scanraum. Und dann drücken wir mal Start, ne? Das war nicht so schlecht. SOMA hat mich wirklich verarbeitet. Bastard. Nun, das ist was du bekommst, wenn du deine Geschichten hörst. Ich glaube, ich hatte es gekommen. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist gut. Es ist gut, ich kann mit ihm sprechen. 12 over 407 Got it? Yeah, I got it I'm sorry, it's a little long Randy Goodbye No, wait That's enough We got what we need Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference You're still a you I'm not sure what to do with the data You decide Herunterfahren Damit haben wir den Sicherheitscode Simon, we got it We can get to the Dunbat now Get back here So, mal sehen Wie weit das Hangar Tor jetzt offen ist Wahrscheinlich schwer angewandt offen Da sind dann Viecher Ich weiß die da Irgendwie scheint die Aufnahme gerade ein bisschen lenkig zu sein Echt? Catherine Couldn't we just have extracted the Cypher from Brandons data somehow So cruel bringing him back like we did No, that's impossible Memories don't work like that Let's just hope it was worth it Na, Pech gehabt Tim Das Tor ist immer noch so Wir können ja mal kurz einen kleinen Cut machen und gucken, ob das in Ordnung ist Ja, genau Wir machen kurz mal einen Cut Weil wir hatten gerade etwas auf der Aufnahme gesehen Das ist etwas rum Und wir sehen uns gleich So, da sind wir wieder Alles zum Glück in Ordnung Die Aufnahme ist nicht beschädigt Oder lenkig Na ja, es ist unkürt Ganz kleines bisschen Ganz kleines bisschen Vielleicht Ich denke mal, das wird wieder dieses neue Neue Neuen Abschnitt laden Oder sowas Weiß ich nicht Haben wir ja sonst nie in dem Spiel gehabt Und mein Rechner ist ja an sich Ja, ja Ja, easy enough Hm, ist klar Diese Sachen sind niemals einfach Musik Komischerweise zeigt damit die FPS auch nicht mehr Was meinst du? Die FPS Ja Rechts Ja, klar Ich mach mal wieder den Action Part Ach Wir brauchen irgendwie noch Strom oder sowas Komm, da ist der Stecker draußen Unter dir gewesen Plug and play Das Hitbox Okay Gut Door Schließen ist immer gut Was macht der denn jetzt gerade? Entscheidend Checkt er die Systeme Das Ding war auch was reingeladen Wow Der hängt jetzt bestimmt da unten Wahrscheinlich Ich will ja nicht sagen, ne Aber Lüftungsschächte Lüftungsschächte Schon wieder Diese Dreck Aber ich will mich erst mal noch ein bisschen Aber ich will mich erst mal noch ein bisschen Ne, ich geb sie hier noch etwas entdecken Hier hätten wir wahrscheinlich denn das Hätten eigentlich einsteigen sollen, ja Ja Das Ding hat ja mal wieder Ne, ich bin selbstständig Lüftungsschächte Lüftungsschächte Das macht Spaß Hast du Leinenlampe an? Nein Und hopp Ähm, ja Damit lädt ihr gerade den neuen Bereich Ja Das ist nicht so schön, finde ich Ich hätte das mal besser lösen können Aber Das Spiel sieht ja nicht schlecht aus Aber Du hast halt kein Ladebildschirm oder sowas Ja, das ist natürlich schön Da kommen ja Spiele Ich will gar nicht mehr kommen Ich bin übrigens bestimmt unter dir Ja 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 Das bin ich gewesen Und wie kriege ich mal wieder ne Lüftungsschächte Das macht doch so Spaß Spaß Ich will die ganze Familie ne Lüftungsschächte kriegen Ey Ob das alles so ficher geworden ist Wie mich das einfach nur Hammer grad an Alien Isolation erinnert Ohne Spass Ich glaub wir sollen uns mal heilen Guck mal, es wird immer mehr Ja 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 Vielleicht sollten wir damit aufhören Oh 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 Okay, das können wir schließen Oh 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 Ich habe den Dunbat bevor wir das gemacht, richtig? Na ja, wir sprechen. Das ist kaum ein guter Beweis. Verdammt! Der Dunbat war unser Best Shot. Ich war wirklich an das zu arbeiten. Komm schon, wir können nicht weitergehen. Es muss noch ein anderes Weg sein. Wie glaubst du das? Wie hat die Team den Arken nach dem Abyss gemacht? Wenn sie nicht den Dunbat haben, der nur andere Weg wäre der Climber in Omicron. Es ist wie ein Elevator, das, was auf dem Abyss kommt. Okay, also machen wir das. Wir gehen nach Omicron und nehmen den Elevator. Ja, okay. Wir gehen einfach nach Omicron, und hoffe, dass es ein Power Suit fit ist, damit du nicht explodest während der Abyss. Das klingt gut. Okay, dann gehen wir. Warte, was ist das Ort? Es gibt viele Informationen über den Arken hier. Es gibt ein Prototypen und alles. Okay. Lass uns anfangen. Ich will sehen, wie es funktioniert. Vielleicht können wir herausfinden, wie wir auf den Arken aufkommen. Interessant. Du wirst nicht wissen, wie wir uns aufkommen? Wie schwierig könnte es sein? Start eine Arken-Simulation. Ich will sehen, wie es funktioniert. Okay, wir sind auf die Arken-Simulation. Wir starten mit Dokumente. Meine Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, die Arche mit den vorliegenden Scans abzuschließen. Es ist mir leid für euch. Es ist mir leid für euch. Für alle von euch, die auch mitgehen wollten. Aber vor der Aussetzung des Projekts keine Chance mehr dazu mehr bekamen, sich's gern zu lassen. Es ist schon zwei Monate her, seitdem ich den letzten Scans hinzugefügt habe. Und ich sehe keine Möglichkeit, wieder eine solche Unterstützung über euch zu finden, wie sie ihr mir beim Status-Projekt gegeben habt. Tut mir leid. Ich wollte es zu keinem Zeitpunkt, dass sich jemand das Leben nimmt. Niemals wollte ich irgendwelche... Niemals wollte ich irgendjemand in das Licht führen. Ich wollte nur etwas retten. Mir wollte ich nicht. Doch der Katwincher... Was ist noch zu tun? Okay, das ist bestimmt das, was wir noch machen müssen. Zum Teil. Ja, Interface-Modul... Ja, das wird wahrscheinlich nicht nötig sein. Im Schattel nach Omikron fahren, Kampfanzüge abholen... Aber sowas wie Interface-Modulen und sowas, das müssen wir auf jeden Fall wahrscheinlich noch machen. Konnten wir auch etwas anschließen. Aber wo man... Kann kein Gerät nur geschlossen. Ja, also muss irgendwas anschließen auf jeden Fall. Das Gerät, das steht hinter dir, da auf dem Tisch. Vielleicht kannst du das auf der einen Seite abstöppeln und deswegen... Ne, ich brauche hier irgendeinen Charger. Was ist wenn du... Was stehst du da auf der Tafel? Das ist gut, okay. Quick stop at Omicron, then Tau, then 5. Let's do it. Was ist das Ding? Das ist nur ein Kompakt-Examiner. Kostar benutzt es, um die Structural Integrität und Payload-Frameworks zu beschäftigen. Natürlich. Könntest du dich entscheiden? Ich wusste, was du bist. Es wäre viel einfacher, wie du dich auf der Arche herauskommst. Wir werden versuchen. Was ist das so? Das ist so interessant. Das ist ein bisschen ein Stift. Kannst du auf der An-Swicht auf der An-Swicht? Ich würde mich über die Radiation beinhalten? Ich denke, wir sind außerhalb. Interessant. Du bist derjenige mit dem Diving suit du weißt. Alles ist zusammengezogen. Wie funktioniert das mit dem Stuttgart bei Omicron? Ähm, ich denke, dass sie größer sind. Sie sollten sie beide tragen. Imogen? Wo ist das? Es sieht aus, dass die Basis für dein Körper ist einer meiner alten Kollegen. Ein Kortex-Kortext für Roboter, including die Daten-Reader und die Ocu-Torch, hat gerade durch den Skull. Was? Struktur-Gel hat die ganze Konstruktion zusammengefügt. Das ist fantastisch. Nein, 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 warte, zurück. Ich bin einer von deinen alten Kollegen? Na, dein Körper ist. Imogen Reed. Das ist wunderschön. Hey, nicht das. Sie war meine... Sie war lieblich mit mir. Anyway, das Kortex-Kortext ist eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass wir Ihre Meinung nach dem Ark mit einem Piloten-Sieg. Kath, ich bin half eine totale Person. Ja, das macht Sinn. Denken Sie. All diese simplistische Minds, die wir in die Wirklichkeit haben, nur dass eine totale Person nicht so gut funktioniert. Das ist klar. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja. Wir haben ja auch hier keinen Sturm. Versuch mal die Klappe aufzumachen. Du hast dir quasi selbst die Möglichkeit weggebastelt. Ja. Der Speicher ist beschädigt. Oh. Wow, okay. Terabyte. Na, guck mal, wir müssen, glaube ich, dann hier... Wir machen erstmal alles aus. So, was wollen wir haben? Okay, verfügbare Motile und Objekte. Umweltschmutz? Umweltschmutz? Nee. Warte mal. Wolken. Auf jeden Fall Wolken, Mond, Sonne. Das kann schon viel. Hm. 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 Was ist das mit dem Umweltmod? Fluss vielleicht? Achso, guck mal, das was fehlt. Nee, Moment. Hä? Ich versteh das nicht. Based Soma. Based Soma. Klick mal Soma an. Ne, Moment. Based Soma. Irgendwas mit Soma Villa. Ja, dann klick mal das oberste Paket Soma an. Paket? Wie das? Objekte da. Okay, dann brauchst du... Nee, warte mal. Hat er das schon am Anfang irgendwas angezeigt? Nein. Doch. Simbase Type Soma. Den musst du reinbauen. Hm. Dann brauchst du Waldreck. Waldreck. Hm. Ich glaub... Zeig's dir sogar an. Wenn du dich jetzt mal... Siehst du da. Syst... Atmosphäre. Da. Atmosphäre... Interface Scanned. Licht. Nee. Nee, nee, nee. War... Achso, da war's auch. Licht. Oh, warte mal. Wenn du Licht wieder rausnimmst... Gibt's da noch andere, die mit Licht im Zusammenhang stehen? Wenn du einmal so durchgehst? Also ohne sie anzuklicken. Aber das leuchtet ja hier rechts auf dann. Guck mal, das hat was mit dem Wasser zu tun. Aber da kommen gleich mehrere Mods, die man noch braucht dazu. Ja, das ist der... oder See. Also wenn du... Wir müssen die anderen Mods dazu packen. Aber dann nimm lieber einen See. See und dann nimm diese ganzen Physik-Mods einmal. Fließend brauchst du gar nicht? Ach nee, weil du ja einen See hast. Ja. So eine Mittag... Die brauchen wir auch noch. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ohne. Okay, das geht nicht. Ähm... Moment, wenn du... Nimm mal den See weg. Und die Boje weich... Also die ganze Physik muss weg. Boje muss noch weg. Braust du nämlich nicht. Wenn du jetzt nämlich auf Fluss gehst, genau. Will er nämlich fließend automatisch haben. Siehst du? Da und da. Das heißt, du hättest das auf jeden Fall... Beides weg. Eigentlich brauche ich nicht. Ich brauche ja. Ich brauche ja. Oh ja. Dynamisches Licht. Ha! Easy. Welterschaffer. Ah! Weil du den gelöscht hast! Ne, ne. Im Dummy sollst du. Dummies. Ich brauche doch weniger oder nicht? Was? Wenn du da weniger... wenn du was wirknimmst dann... Okay, was macht er jetzt, also... Okay, was macht er? Versuch es, wenn der Dummy geladen ist. Du musst ihn holen, während er geladen wird. Du musst ihn holen, wenn du möchtest. Ja, natürlich! So precise, so perfekt! Es ist egal, dass du dein eigenes Arbeit hast. Was? Oh, genau. Wir sind hier fertig? Können wir nach Omicron gehen und holen meine neue Hüte? Ja, wir müssen gehen. Willst du diesen Arc als Backup bringen? Nein, das würde nicht funktionieren. Das ist nur ein Prototyp. Gut. Ich würde lieber eine Reise gehen. Los geht's! Geht's nicht, mich mit dir zu holen. Okay. Ja, jetzt kommen wir hier nicht auch raus. Okay, wir haben hier einmal den... Da können wir nicht überdurch. Nee, das ist schon schon ausgefallen. Dann gibt's noch einen Weg. Aber du machst das und du musst noch irgendwie... Nee. Sorry dafür. Und weiter jetzt. Scheint überflutet zu sein. Guck mal auf, jetzt kommt mir wieder der Leuchtekopf. Nee, doch nicht. Scheint nur so aus. Aber ich hab hier irgendwas gehört, also vorsichtig. Jetzt direkt weiter. Da hinten. Uhuhu. Platz wieder auf Abwägen. Okay, die Tür war kaputt. Systemfehler. Systemversagen. Sicher, dass du schleichen musst? Ich will schleichen. Es ist mir lieber, als wenn wir gleich wieder... Oh mein Gott. Wir sind scharf in der Tod. Also wenn wir gleich wieder hier... Fenster. Okay, alles klar. Das wird den Krach machen. Guck mal, längst in die... In das Fenster. Ist der gerade durchgedreht? Nee. Okay. Ich werde immer wieder das Fenster zerschlagen. Ach, der Krach. Träckslip. Ja. Okay, juck das Fenster nicht. Ja, das wird auch nicht. Das ist zu leicht. Aber du siehst Blut auf jeden Fall auf dem Boden, wo irgendwas hingegangen ist. Ich bitte, hier ist wieder so ein Viechchen. Alter. Äh... Nee, ich werde mich jetzt... Löff bei denen. Ohne hier irgendwas. Ja, den Computer da. Den... Ja, sowas. Ich bock mir den mal aus, Jungs, ne? Okay, schlecht. Dreckiger. Ich brauche noch was schwereres. Bisschen noch was höheres. Ah. Ja, das klingt... Das sieht gut aus. Das sollte ja wohl reichen. Du hast nichts gesehen. Siehst du, ich wusste es. Wir müssen das wahrscheinlich öfter machen, oder? Ja. Komm, du hast nichts gesehen. Wir müssen das jetzt nicht mehr sehen. Der kommt auf dich zu. Der wird jetzt nicht bewegen. Das wäre doch scheiße wenn er uns bemerkt. Ich gucke mal, der hat Arme. Das wird wahrscheinlich verschiedene Türen. Wenn der jetzt nicht weitergeht, wenn der... Wahrscheinlich hat er jetzt sein Ding erstmal komplett weggekickt. Ja, wahrscheinlich. Okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass hier einer ist. Aber es war klar. Ich werde jetzt noch ein Stück weiter zurückgehen und mich nicht bewegen. Ich bin ein todbringendes Monster und muss auf Geräusche reagieren. Kleiner Spieser. Aber das viel nervt, weil es halt so ein bisschen die Dynamik aus dem Spiel bringt, finde ich so. Weil du musst halt dann, du darfst dich halt nicht bewegen und dann sitzt man da in der Ecke und wartet, um quasi in den Raum zu kommen. Aber vielleicht ist er ja was. Ich glaube, wir sollen mal näher, näher. Guck dir jetzt hier hin. Der kommt auf dich zu. Er kommt auf dich zu. Ja, was soll ich machen? Okay, warum macht er das? Gibt das vielleicht seine Routine aus irgendwie, dass er... Na, bleibst du jetzt stehen? Komm, verzieh dich. Ich werde ihn noch so ein bisschen im Blick behalten. Alles klar. Weil Sven er weiß, dass du da bist. Weil Sven er weiß, dass du da bist. Versuchen wir an ihm vorbeizuschleichen? Ja, ich... Ich würde natürlich gerne ins... ...ins Dings rein, aber... ...ich weiß nicht... ...ob das so ne gute Idee ist. Ach, hier sind wir. Sollte mir das hier... Hinter dir. Da musst du lang. Wie wird der Blutspur quasi folgen. Ja. Da ist dein Fenster. Wenn Fenster sich so beharrlich öffnen wollte. Ja. Das geht nicht. Ist wahrscheinlich, um den abzulenken. Aber da kann ich doch eigentlich was nehmen. Das zum Beispiel... ...hier hinwerfen. Mich dann schnell verziehen und einmal rumlaufen quasi. Ja. Natürlich aus. Ja. Du den. Alter. Nee. Ist klar. Ja, genau. Klappt irgendwie nicht. Das Spiel trickst mich immer wieder aus. Vor allem, der sprittet ja manchmal richtig krass. Ich stehe ja gleich hinter dir. Hallo. Oh. Er kommt da rechts oder hier links raus. Wusstest du was? Ich hau jetzt einfach ab. Wer sind denn hier? Ja. 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 Wollte drücken. Ich muss drücken. Jetzt rein ich wieder ... Sicherheits-was steht da? Bitte Verbindungschip einführen. Also hier muss hier irgendwo ein Adapterchip. Every Launch is a crap shoot, you know about it. I just wish these numbers look better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, Soma, Mats und Tim, haut rein!